Musik Was geht und herzlich willkommen zur neuen Folge von Red Dead Redemption 2 Let's Play. Wir dürfen hier mit Abigail reden, glaube ich, steht da ja nur. Moin. Oh, was ist denn jetzt? Oh, John, das ist so ein hässer Bart. Ich muss drehen zum Friseur. Transportunternehmen. Was ist legal? Was ist legal? Was ist legal? Ich bin ein Mann. Es ist legal, Abigail. Und ich habe nie geteilt. Es ist schuldig. Es ist schuldig für die Regierung. Easy. Even Jack kann es tun. Don't you put those stupid ideas in the boy's head. He's gonna do something better than this. Wie was? Writing silly stories? Sorry, Abigail. Really, I am. I just thought if you wanted to earn some money. How many times do I gotta bury you, John Marston? Never. You ain't never burying me. It's legal work that I can handle. There's a, there's something else. Micah? Bounty hunting is one thing. But goddamn, Micah? Ja, klar liegt der Typ noch. I heard he was up country. Or some fella who sounded just like him. Killed a family. Bar a little girl who escaped. Leave Micah alone. I'm sorry, Abigail. I came by cause I was riding by chasing a fella and I thought John wanted to earn some extra money. What is it? Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. You know, an accountant or something. Came down from Rhodes, I believe. How much does it pay? It pays good. The soft ones usually do. Okay then. I guess. But Micah? No. John Morrison? Let's go. You bring him back to me. You hear? Of course. Yeah. Klar. Naja, eigentlich hatten wir bevor zu sterben, ne? Welches ist mein Pferd? Welches ist mein Pferd? Ich glaub das ist meins. Vergessen wir mal wie mein Pferd aussieht. Wollen wir das in einen anderen Sattel? Äh, nein. Tolltrees, gar kein Bob. Kann ja nur schief gehen. Ja. Fertigscheune und Fertighaus, ne? Das einzige, das wir wirklich nicht nach Katalog gebaut haben, ist der Zaun, aber es ist nur ein Stratzaun. Es war... Es war Arthur's. Ich habe es in einem Bundel von Sachen, die ich behalte. Du bist Marriert Abigail? Oder... Es fragt ihr zumindest. Oh mein! Ich habe dich nie für eine Romantische. Ja, ich auch nicht. Aber... Es ist... Es ist etwas, was ich gedacht habe. Und ich... Ich denke... Ich weiß... Ich will es. Okay! Ich denke, ich dachte, dass du schon heiratet bist. Long ago. Oh nein. Nicht wirklich. Nicht offiziell. Ich bin wirklich glücklich für dich, John. Dass du heiratet bist? Du hast mich glücklich gemacht. Habe ich Waffen mit? Ach du Scheiße. Ich muss mir mal Munition holen. Ich muss mir mal überhaupt irgendwo hin zu einem Laden. Ja. Da kann man sich gut verstecken. Das ist immer ein Tier. Ein Fuchs oder so. Ja, das kann sein. Aber gut, sieht das Ding hier nicht aus. Ja, das kann sein. Ich bin ziemlich schnell in einem Schub. Hier. Ah, er ist aus der Südsee. Wer auch ist. Dann ist er, vielleicht ist er unser Mann. Wenn du nicht nie gewann, es ist ein Bärchen. Ja, sieht aus wie sie so gehen. Er oder Bärchen? Beide. Ja, ich weiß, aber was wird. Woher sind wir hier überhaupt genau? Oh, das muss ich mir ganz kurz angucken. Wirklich der Teil von Tall Trees ist das? Okay. Ja, das ist geil, dass ich Volk hier fährt und da steht, dass ich langsam nicht mehr folge. Nein. Ja. Ouch. Ich weiß, dass ich dich auf dem Staat, Le Moyen stehe. Ich weiß, dass es für Verbrauchte, Verbrauchte und Verbrauchte. Ist das Monster noch da? Nein. Ich denke, er ist weg. Komm raus! Komm schon. 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 Alter! Wtf! Wtf! Der hat 6 Headshots überlebt! Wtf! Oh. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wtf! Df! Wtf! Ja, er lebt einfach mehrere Magazin-Headshot. Thurwell. Call yourself a man? Well, it's like Abigail says. That's one word for you. I can't believe we didn't kill that bastard. Gave him something to remember us by, at least. Oh, yeah. You all right, John? Yeah. Just... We always find a way to almost get killed, don't we? Mm-hmm. That's kind of the problem. Maybe it wasn't right of me to bring you along on those really heavy things. Family man and all. Seeing all this? I don't know if I can do it again. I'm my own man, ain't I? I get to make those calls. I needed the money. You are your own man, sure. But... I'm my own woman. And I get to say who I ride with. And... I don't know if your ranch, and your kid, and your wife, are things I wanna be worrying about when I hear a gunshot. Yeah. Yeah. Fair enough. Those are fine new clothes, by the way. Yeah. I spend my cash on fancy clothes and horses and shiny new guns. And... Who's this up here? Is that... Are you... ... ... ... Get off the road! Look, I got great respect for you professionally. But if that's Marshall Thurgo there, me and my partner would like to split the reward. You're doing what? Get off the road! We was thinking you might need protection. I look like I need protection! Uh, me and my partner, we're dead selling and splitting that reward. And if not, well, we said we're gonna have to take all of it. Ha! Ha! You and your... Drop him! There, there. Easy. Come on, here, here! Come on! Come on! Here, don't mess around, do you? Let's go! Oh, yeah, good! This is a cold business, ain't it? Yeah! It can be. And fill them. And if there's other bastards after the same orders as I am, I get competitive. It's called industry. And if you might notice, everyone is out there doing it. I guess they are. Ah! You said earlier you knew something about Micah. You gonna tell me what you know? Are you sure you wanna hear about him? Ain't all that back at your ranch enough. If I find him, I will handle it. Your bounties? Or transport work? That's your decision to bring me along or not. But... But Micah? That's something we... Well, I... I gotta do. With or without you, Sadie. You know what I mean? Okay. 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 I know. Well, I'm hearing things. A lot of things. Still mostly just whispers, but... I think you might be pretty close. When you hear something real, you bring it to me. Okay. I'll bring it to you. But you think about if this is a real real deal? So the dialogue is perfect. Oh. I understand all of that. Of course I am. Can anyone here ride the car? I can ride the car too. I can ride the car too. Ride the car too. Ride or ride? Ride, right? But you have a horse in the front. But you sit on the car. That's right. I think it's a car too. I think it's a car too. I won't. Get home to your wife. Let you know if I hear anything about Micah. You need a hand taking a man? Him? No, I'm fine. You sure? Yeah. I'll send you a share to the bank when I get paid. Thank you. I think it's going fast. Yeah, guys. So, we're finished now. So, we're ending now. die folge vielen vielen dank auf jeden fall fürs zuschauen bis zu einer weiteren folge haut rein und tschüss